Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Gelmatratzen. Das High-End-Produkt in unserem Gelmatratze-Test geht an die Matratzen Concorde Gelmatratze. Der integrierte Duo Topper besteht aus Druck ausgleichendem Kaltschaum mit Aircell-Schaum und sorgt so für ein angenehm festes Liegegefühl und einen erholsamen Schlaf. Besonders, wenn Sie nachts zum Frieren neigen, sorgt die Matratze aus Komfortschaum mit ihrer guten Wärmeregulierung für ein wohlig-warmes Empfinden. Dank des hochwertigen Air-Based-Bezugs hat die Matratze eine sehr hohe Atmungsaktivität und die Feuchtigkeit wird schnell abtransportiert. Durch den integrierten Duo Topper ist die Matratze bestens für Seiten-, Rücken- sowie Bauchschläfer geeignet und schmiegt sich dabei sanft an ihre Körperkonturen an. Die Matratze ist auch für Allergiker geeignet. Sie können den Matratzenbezug durch einen Rundumreißverschluss abnehmen und bei bis zu 40 Grad in der Waschmaschine waschen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Body Prime Plus. Der hochlastische Gelschaum Topper mit einer Gesamthöhe von K8 CM passt sich dank anschmiegsamer Memore-Funktion optimal jeder Körperkontor an und sorgt für die perfekte Druckentlastung der Wirbelsäule. Der atmungsaktive Bezug in Doppeltuchqualität 65% Polyester 35% Tencel unterstützt den Gelschaum bestmöglich in seinen Feuchtigkeits- und temperaturregulierenden Eigenschaften. Fachhandelsqualität direkt vom Bettenfachgeschäft Hergestellt in Deutschland Hightech Gelschaum der neuesten Generation Der Body Prime Gelschaum Topper ist Vergleichssieger bei Vergleich.org und wurde nach Ökotex 100 Produktklasse zertifiziert, das bedeutet, alle Bestandteile wurden auf Schadstoffe geprüft. Zur Aufwertung ihrer zu festen Matratze, als Topper fürs Boxspringbett, Gästebett, Schlafsuffer oder für den Wohnwagen ist er immer eine gute Entscheidung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gellmatratze-Test ist die Amazon Basics Gellmatratze. Mit dieser luxuriösen Matratzenauflage aus Memory Schaumstoff verwandeln Sie Ihre schlappe, alte Matratze und entdecken die Freude am Schlafen neu. Sie ist kühler als übliche Auflagen, wodurch sie perfekt für warme Sommernächte und Personen, denen schnell warm wird, ist. Der Memore Schaumstoff ist unglaublich weich und hilft zudem, Gewicht gleichmäßig zu verteilen und so den Druck an Ihren Gelenken zu lindern, was Ihnen zu einem geruhsamen Schlaf verhilft. Diese sehr atmungsaktive, außergewöhnlich weiche Auflage ist zertifiziert durch Zerti Pur und Ökotex. Der unglaublich weiche Bezug ist abnehmbar und waschbar, sodass Sie ihn problemlos in neuwertigem Zustand erhalten können. Es besteht aus 60% Polyester und 40% Viskose und ist für eine unglaublich weiche Textur gekonnt gewiebt. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.